Endliche Dezimalzahlen in Brüche umzuformen geht ziemlich einfach. Schritt 1, trenne alle Zahlen vor dem Komma und alle Zahlen hinter dem Komma voneinander, so dass hier eine Null Komma steht. Wenn dort bereits eine Null steht, dann mach direkt mit dem zweiten Schritt weiter. Und zwar schreib das Ganze jetzt in einen Bruch um, so dass die Ziffernfolge hinter dem Komma oben im Zähler steht und unten im Nenner eine Eins mit so vielen Nullen steht, wie du hier Ziffern hast, also zwei Stück. Das heißt 0,28 umgeschrieben ist gleich 28 Hundertstel. Das ist der Bruch, der dazugehört. Jetzt könntest du allerdings diesen Bruch noch schöner schreiben, und zwar wenn der Zähler durch 2 oder durch 5 teilbar ist, weil 2 und 5 sind die einzigen Primfaktoren von so einer Zehnerpotenz. Und tatsächlich, die 28 ist eine gerade Zahl, also durch 2 teilbar. Wenn du jetzt Zähler und Nenner beide durch 2 teilst, dann hast du 14 geteilt durch 50. Und schau mal, wieder haben wir zwei gerade Zahlen. Also wieder können wir beide durch 2 teilen, das heißt wir haben 7 geteilt durch 25. Und da die 7 eine Primzahl ist und die 25 lediglich die Primfaktoren 5 und 5 hat, lässt sich das Ganze nicht noch weiter kürzen. Also 7,25 ist gleich 0,28 in perfekt gekürzter Form. Lass uns das Ganze direkt mal am nächsten Beispiel trainieren an 0,475. Auch hier steht wieder eine Nullkomma vorne, das heißt wir können direkt damit anfangen, das Ganze als Bruch umzuschreiben. Die Ziffernfolge hinter dem Komma, 475, die kommt nach oben in den Zähler. Und unten in den Nenner, da schreibst du eine 1 hin, mit so vielen Nullen, wie du hier Ziffern hast, also drei Stück. 475 geteilt durch 1000 ist gleich 0,475. Und sollte jetzt die Zahl hier oben im Zähler, diese 475, durch 2 oder durch 5 teilbar sein, dann kannst du diesen Bruch noch kürzen. Und tatsächlich, diese Zahl hier oben ist durch 5 teilbar, genauso wie die 1000. Und deswegen, lass uns das einfach durchführen. Lass uns diesen Bruch kürzen, dann sieht er nämlich noch schöner aus, haben wir ein paar kleinere Zahlen. Wenn wir jetzt den Nenner hier unten, die 1000 durch 5 teilen, dann haben wir eine 200. Und wenn wir die 475 durch 5 teilen, naja, wenn du es gerade nicht im Kopf hast, dann such dir einfach eine Zahl, die relativ in der Nähe liegt, bei der du auf jeden Fall weißt, dass sie durch 5 teilbar ist. Zum Beispiel die 500. Na, 500 ist ganz einfach durch 5 teilbar, ist nämlich gerade 100. Und um jetzt von 500 auf 475 zu kommen, musst du einfach nur 25 abziehen. Ah, denn 25 durch 5 ist gleich 5. Und, naja, dann ist die Differenz ebenfalls durch 5 teilbar, und zwar 100 minus 5 gleich 95. Na, perfekt. 95 geteilt durch 200. Und siehst du das? Schon wieder sind beide Zahlen durch 5 teilbar. Wenn wir die 200 durch 5 teilen, dann kommen wir gerade auf 40. Und 95 durch 5? Naja, die 100 ist ja gerade 20 mal die 5. Und die 95 hier ist gerade eine 5 weniger, also 19 mal die 5. Ah, und schau mal, 19 ist eine Primzahl, die nicht in der 40 drin steckt. Das heißt, auch das hier ist wieder der gesamte Bruch in perfekt gekürzter Form. Alles klar, lassen wir uns das Ganze noch einmal trainieren, und zwar an 2,1398. Jetzt habe ich mal vor dem Komma keine 0 stehen. In diesem Fall kommt Schritt 1. Du musst alle Zahlen vor dem Komma und alle Zahlen hinter dem Komma voneinander trennen. Und das machst du ganz einfach mit einem Plus. 2 plus 0,1398. Und jetzt kannst du wieder mit diesem Trick, den ich dir gerade verraten habe, diese 0,1398 in einen Bruch umformen. Die 2, die wartet erstmal, was passiert, und schaut sich das ganze Spektakel hier an. Wir haben gesagt, wir nehmen die Ziffernfolge hinter dem Komma, also 1398, und schreiben sie nach oben in den Zähler. Und unten in den Nenner schreiben wir eine 1 mit so vielen Nullen, wie wir hier Ziffern haben, also 4 Stück. So, das bedeutet, 1398 geteilt durch 10.000. Und das hier lässt sich auf jeden Fall wieder durch 2 teilen, denn 1398 ist eine gerade Zahl. Die Frage ist nur, wie oft steckt denn da die 2 drin? Gut, hier unten bei der 10.000 ist es ziemlich einfach, da steckt sie 5000 Mal drin, die 2. Und hier oben bei 1398, naja, du kannst ein klein bisschen nach oben gehen, genauso wie wir es auch hier gemacht haben, und zwar zu 1400. In der 1400 steckt dir die 2 700 Mal drin. Und das hier ist gerade nur eine 2 weniger, also 699 Mal steckt da die 2 drin. Und siehst du das? 699 ist weder durch 2 noch durch 5 teilbar, das heißt, dieser Bruch lässt sich nicht weiter kürzen. Du kannst allerdings jetzt diese beiden Zahlen wieder zusammenfassen, wenn du das wirklich als einen gesamten Bruch aufschreiben möchtest. Und das geht ziemlich einfach, indem du die 2 wieder erweiterst, damit es auf den selben Nenner kommt. Also einfach mit 5000 erweiterst. Na, siehst du das? Du kannst die 2 ja auch schreiben als 10.000 geteilt durch 5000. Ist ja genau das Gleiche, kommt ja wieder 2 raus. Der Hintergrund ist nur, dass wir jetzt den gleichen Nenner brauchen, um diese beiden Brüche miteinander zu addieren. Und jetzt, weil die beiden Nenner gleich sind, können wir alles auf einen fetten Bruch schreiben, also 5000. Und einfach die Zähler miteinander addieren. 10.000 plus 699. Das heißt, wir haben 10.699 geteilt durch 5000. Und das, wenn du es wieder durcheinander teilen würdest und als Dezimalzahl aufschreiben würdest, da kommt wieder 2,1398 raus. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt, mit denen schon mittlerweile über 3000 Studenten ihre Prüfungen bestanden haben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat oder du möchtest, dass in Zukunft weitere Content erscheint, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.